9.5.2024, der Fielbrüse in Breinig, weil Breinig läuft. Wir haben schönes Wetter, die Startnummerlausgabe ist in der Sonne. 6 Minuten bis zum Start. Frage ich doch mal wieder, bist du Teamleifer oder Pressebar? Beides. Beides, also wir werden die Bilder und den Tag dann spätestens, naja, bis 10 Uhr, 15 Uhr, sprich die Media-Sicht. Ja, genau, bis 1 Uhr. 13 Uhr? Ja. Du willst nur Follower haben, oder? Viel Spaß! So, da kommen die Gästen. Und ich hoffe, er hat mir die Strecker schön angeschaut. Und jetzt wieder in eure Staffelboxen zurück. Bonk! Super! 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 Ja, Leute, wir fahren raus! die Staffel 2 anab dem großen Korrekt. Nette kleine Rampe bei etwa 3, aber aus Sicht muss man sich erarbeiten. Jetzt der abkürziger Fünfer, hier hatten wir auch schon mal gefilmt. Ja, wenn man den Sensor für heute mal kalibriert hätte, hätten die einen schönen Anhaltspunkt für ihre Bergwertung hier bei kurz hinter 6. Ja, dann sind wir hier im Grunde. Nönergänsehaut, die Flügel 4. Insofern wäre es, dass die Flügel 5. 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 Ah, cool, super. Ja, das ist Klasse. 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 Ja, das ist Klasse.